Wir sind hier auf der deutschen Meisterschaft mit René Brain und wir haben was ganz besonderes vor und zwar wir machen hier mit der App Random Regeln und spielen einfach gegeneinander und ich sag so, ich glaube das wird alles hier drüber entschieden. Skill oder nicht, mal gucken. Dein Deck ist besser, sag jetzt schon. Der Disclaimer am Anfang schon. Deck ist deckt, safe. Und ich würde sagen, wir würfen, wer anfangen darf. Hochentscheidet? Ja, fängt gut an. 1, 1, 1, nein. Nochmal. 4. Der Erste darf nicht ziehen. Ja, ja, ich weiß, fang du mal an. Okay, ich fang an. 4 Karten, Skill wird umgedreht und ich würde sagen, wollen wir schon starten, bevor wir die Hand angucken? Ja. Dann habe ich jetzt den Zeitdruck mehr. Das ist der Vorteil, der Nachteil. Und los geht's. Let's go. Set, set, pass. Wrong. Dropface, upperface, mainface. Set, set, pass. Oh nein, das ist ja... Ich aktiviere die, darf dann mir was suchen? Ja. Okay. Okay. Wir resolven. Und dann... Fangen wir... Okay. Okay. Was haben wir jetzt? Ich habe Lust zu tun. Das ist schon alle Zauern vorhin gerade. Darf man anstellen? Das ist eine Chainable... Nee, nee. Es ist... Ja. Okay. Und weiter geht's. Ja, okay. Next. Okay. Was geht's? Dann aktiviere ich die, darf meine Karte ziehen. Ja. Und dann, da ich einen krassen Skill habe, kann ich den einfach so beschwimmen. Okay. Und dann gehe ich in die Battleface und greife mit Verbündeten an. Effekt, finish. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Oh, nächste Rule. Oh, nee. Warum kriege ich denn so viele? Beide Spiele ziehen zu ergangen. Oh, nice. Okay, das nehmen wir mit. Erstmal recyceln hier. Und weiter geht's. Ja. Du musst jetzt langsam spielen. Und dann direkter Angriff mit 1-4. Ja. Und dann bist du. Okay. Draw. Draw-Face, Step-Up-Face, Main-Face. Set. 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 Du bist dran. Zieh. Ich gebe dir mal alle Regeln. Ja, ich merke das schon. Ich lege die in die Defense. Das schwöre ich wieder nochmal, weil ich es kann. Äh, ja. Und dann möchte ich gern angreifen. Back the Strong. Oh, oh. Äh. Äh.. Äh, nigirale Tower kann von Rest des Spielzugs. Das sind ja auch nur die Letzte, oder? Ne, das ist keineass. Aber, ich gebe ab und du bist dran. Draw. Draw. Step-Up-Face, Main-Face. Set. Set. Du bist. Alter, er mauert mich zu ihr jetzt. Äh. Ja, dann bin ich jetzt mal gemein, weil ich tribute und Spiel einfach Jinzo. Ja. Und ich greife mit an. Ja, erst Angriff durchführen, dann Regel durchführen. Äh, I don't want a reaction, äh... Ich kann keine Final-Effekte mehr benutzen. Richtig. Toll! Und ich darf auch keine Space-Ware benutzen. Also, what is this? Äh, Effekt? Ja. Ja, und wie komme ich das da durch, wenn die Fragen, ne? Was? Das kann ich doch auch so, was hab ich überhaupt noch? Das kann er holen für zwei oder die Dinger, ne? Also, du kannst die selber nehmen auch? Kann sich floaten? Ja, gut, aber, äh... Oder Kristallseher. Trachst du dir das halt schon weg. Ja, ja, ich weiß. Ich tue schon Allouts durch, äh, ich nehm' sie nochmal. Ja. Äh, Z. Und die ist dann destroyed. Und... Wollen wir mal gucken? Ja. Okay. Oh! Schon wieder! Das ist ja entspannt! Ja, komm, ich vertrau' dir eigentlich hier. So. Und dann bist du dran. Okay. Draw? Ja. Ich brauch' den Effekt. Ich brauch' die Endphase. Dann warte doch. Oh, ich... Ich warte mal. Beispiele müssen hier Deck umdrehen. Was heißt das denn? Offen? Okay. Okay. Oh, weiter geht's. Fuck. Jetzt dollt er hier auf die ganzen... Bis die Regeln... Egal, du bist dran. Okay, ich zieh'. Ähm... Ich soll mein Ginz und den jetzt auch noch machen. Dann setze ich, setze ich, Angriff. Perfekt. Ja. Wie machen wir das mal abheben? Umgedreht und abheben wahrscheinlich, ne? Umgedreht, abheben. Ja, das ist doch toll. Einmal egal. Bitte sehr. Oh! Nice! Da ist der Out! Äh... Die Phasen sind andersrum. Fangen wir mit der Endphase an. What? Hey, das ist voll gut. Warte mal. Du gehst in die Endphase dann wieder in die Battlephase, oder was? Ja. Oh, dann gehst du jetzt rück. Eigentlich müssen wir jetzt rückwärts. Eigentlich müssen wir jetzt rückwärts gehen. Du gehst jetzt in die Endphase, dann gehst du wieder zurück in die Battlephase. Ja, eigentlich schon, ne? Was soll das denn? Was soll das denn? Alle Phasen sind andersrum. Und dann gehst du in die Drawphase und dann bin ich dran wahrscheinlich. Ja. Phasen gehen andersrum. Ja! Dann geh ich in die Battlephase. Ja. Krass. Effekt. Willst du wirklich Effekt nutzen, weil du den Warrior hießt? Aber ja, kannst du machen. Ja. Zack hier. Easy. Du kriegst noch einen geilen Effekt. Äh... Ja. Das Ding ist halt, der Rest meines Nächstes ist doch die Royal Lady gefühlt. Gib ab. Ne, ich lass so. Cool, Kuribu. Okay, ja. Ähm, so. Okay, weiter geht's. Beide Spieler dürfen von dem anderen eine Karte verbannen. Hahaha. Ähm, ja, ich nehme ein Kristallseer. Okay. Ähm, so. Ähm. Ja, wir sind ja in meiner Battlephase. Gehen wir in meine... Mainphase 1. Dann gehen wir in meine Stimmerphase und in die Drawphase. Ja. Dann bist du. Äh, Endphase. Äh, Endphase. In der Drawphase. In der Drawphase möchte ich... Darf ich da noch reagieren? Ja, ja, klar. Ja, ja, okay. Guck das hier. Wenn alles rein schafft. Ja. Ja. Ja, das Verband kam dir jetzt gelegen, ne? Ja, ja. Das kam unerwartet, dass ich jetzt einfach mal wieder deck habe. Und dann immer noch in der Drawphase. Das geht so fast. Ja, ja, klar. Erstmal ziehen. Erstmal ziehen. Nee, in deiner Drawphase immer noch. Nee, davon noch. Ach. Das ist sogar eine ziehen. Draw die Kriegerin. Ja. Und jetzt das... Bleib das so lange offen, oder was? Äh, dann immer noch in deiner Drawphase. Ja. Das Tornado. Hat er gerade gesettet diesen Zug, ne? Ich bin schon länger gesettet. Deine... Ähm... Wenn Endphase war, ist es wieder ein neuer Zug gewesen durch dieses Resetten oder nicht? Nein, das ist ein bisschen noch im selben Zug. Ja, stimmt. Okay. Dann ist die weg. Okay. Und dann bist du drin. Äh, setten wir die dadurch nicht. Okay, dann äh... Drawphase, Dempferphase, Mainphase, weil das normal ist hier in dieser Welt. Äh... Ja, nach der Norm, was noch mal kommt. Die Lebenspunkte werden vertauscht. Äh... Warte. Du... Ich hatte noch Full. Ich hatte 1,4. Ja, 1,4. Genau. Du hast 2,6, ich habe 4,000. Ja, schön. Sehr gut. Ich merke, die Regeln sind auf meiner Seite. Äh, Battle... Nein, nicht Battleface. Ähm... Ich setz noch eine Karte. Und Battleface, attack. 1,5, ne? Die kostet 1,000, aber Effekte auf eine Karte ziehen. Ja. Und dann ist das stört. Ja. Okay, dann ziehe ich. Haha. Okay. Okay, nächste Rule. Die nächste Runde werden vertauscht. Okay, die hat deine 4,000 zurück. So. Weiter geht's. Und da ich jetzt kein Monster habe, kann ich Cyberdarm beschwören. Äh, ja. Äh, zusätzlich, weil du so intensiv drunter guckst, mache ich Cosmic Cycling da drauf. Ähm, ja, sure. Wow. Zeugner für Zeugner. 1,000 weniger. Ja, wenn ich über 3,000. Äh, dann, äh, beschwöre ich weiß, kann wieder den ohne Tribune. What? Okay. Okay, die Battleface. Greif mit denen an. Was macht der? Mit den stärksten, höchsten Angriffspunkten. Angriffsposition. Eins von uns auch beim Spielfeldzeit, also den noch. Ja. Toll. Okay, so. Und dann, äh, Battle Dean, dann kriege ich, äh, was ist das, 600 Schaden? Ja, 600 Schaden. Und dann verband ich ihn. Dann hast du noch 2,000, ne? Und ich hab 1,000. Äh, und? Rule? Es ist Zeit für die Endphase. Ja, also wieso? Ja, dann bist du. Okay, Draw. Ja. Ähm. Set. Ja. Du bist... Was ziehe ich denn die ganze Zeit nach? Ich bin, äh... Ja, das geht gar nicht, halt mir auf. Ah! Äh... Du bist dran. Okay, Draw. Ja. Stand my face, main face, end face. Ja. Okay, Draw. Okay, Effekt. Okay, alle Zaubergarn. Ja, gut. Dann sind wir in der Option, ein bisschen rar. Set. Pass. Draw. Du hast auch einen Skill, ne? Nur sollst du impfen. Ich weiß. Äh, ich glaub ich aktiviere den mal. Effekt. Äh, war eine Zurückwaffe. Ja, eine Zurückwaffe. Und eine neue Zieh. Ich ziehe ihn wieder nach, Alter. Mein Skill ist halt nicht so geil wie deiner. Ja, ist schon natürlich. Meiner ist besser. Achso, nee, so rum, ne? Oh, nee. Ich zeige mir, was du ziehst. Okay, Draw. Uh, das könnte für mich jetzt gut sein. Ich bin. Kannst du mal ein Monster spielen? Ja. Ähm. Set, Pass. Draw. Draw. Drawface. Depperface. Drawface. Normal Summon, obviously. Äh, ja. Battleface. Ja. Eigentlich 1,5. Ja. Da hast du. 1,5. Ja, da bist du. Drawface. Ja. Stepper main. 1,5. Ja. Ja, nee, selbst weg gleich. Aber du kannst doch ausspielen. Ja, okay. Cybertra? Ja. Darauf durst du es noch reagieren jetzt. Ne, ist okay. Äh. Wie oft kriegen wir das denn? Sind da irgendwie viel Regeln drin oder was? Ne, ne, da sind viel, viel mehr drin. Ähm. Ja, das ist ein Problem. Ich dachte ja so, wie es ist, mein lieber. Das ist ein dickes Problem. Das ist aber nicht mein Problem. Das Problem ist nicht mein Problem. Ja, Battleface. Hm. Perfekt. Hm. Du bist. Du bist. Du bist schon wieder Drawface Step by Face. Oh Gott. Die Lesung du werden vertauscht. Das ist zu 2000, ich habe 1,5. Ja. Okay. Ähm. Was? Zack. Oh, nein. Äh, Effekt. Ja, ja. Du meinst zurück? Du hast so viele davon. Wie viele möchtest du haben? Alle. Ja, da muss man noch ziehen jetzt. Ja. Da ist noch die Aktion besorgt, ne? Draw. So. Sehr gerne vom Gegner schon decken. Geil. Ja. Dann kriege ich deine Ruine. Wieso du? Ich ziehe. Oh, schön. Ich ziehe deinen Elf Justus. Ne, das ist mein Friedhof. Was? Sorry, dein Book ziehe ich. Ja. Du musst gleich Deck halten. Ähm. So, der hat jetzt. Was hat er jetzt? Äh. Na, mein Krug ist ja weg. Ja. Ja, dann draw mal gleich. Ja, warte. Ich mach Book. Erst mal next rule, ne? Book. Ähm. Der verdammt. 2,2 ist so gut. Äh, dann set ich eine. Dann bist du. Haha. Was ist das wohl? Äh, ja. Ich sag so. Es ist halt anscheinend eine schwierige Situation für mich. Ja. Du musst mal ein bisschen dein Deck. Äh. Du denkst, dass man eine Friedhof tauschen kann? Nein. Bei der Monster. Bei der Monster. War ich denn jetzt? Also den. Den Boy. Aber der kriegst du keinen Zauberzählmarken mehr, glaub ich, ne? Ne. Und dann opfere ich den. Ich spiel noch Chinso. Äh, jep. Der zur Battleface Angriff. Druck. Ich darf ja nicht gewählt werden. Oh! Was ist das? Du bist dran. Ne, ne, ne. Auf den Angriff möchte ich reagieren. Damit. Okay. Dann bist du. Dann bin ich Draw. Draw and Stand by Face. Main Face. End Face. Zieh mal. Nein, du machst doch was! Nein, End Face. End Face. Nein, neue Regeln. Okay. Ich war schon weg. Ja, das ist jetzt meine End Face. Guck mal. Sogar der sagt es. Er sagt, das ist jetzt meine End Face. Nein! Ja, Gott. So, Leute. Das war wieder ein Random-Duell. Ähm, diesmal mit anderen Regeln. Wir haben zwar ein paar Doppelungen. Aber, falls ihr wieder zusätzliche Regeln wollt, schreibt sie doch mal in die Kommentare. Und vielleicht spielen wir das Ganze wieder. Und vielleicht mit jemand anderes. Oder wir mit dir. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, GG. Ja, GG. Einen schönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.